Hallo meine Freunde, wir sind heute hier auf der Insel Walburges und hier gibt es drei Mokomosamen, die wir finden können. Diese Insel befindet sich ganz hier oben an der Ecke und zwar über Rohendel, ja Quatsch, neben Rohendel und neben Südvern, also genau an der Spitze. Diese Insel ist ein Schlachtfest, also hier tun die Dämonen sich mit den Elben rumklagen oder Elfen, was das für nette Leute sein sollen. Aber das tut uns ja nicht zur Sache, wir wollen ja einfach die Samen abstauben. Einfach ein bisschen ausweichen oder halt killen, was ihr Bock habt, ihr müsst sie jetzt nicht platt machen. Und dann rennen wir nicht direkt zu unseren ersten Samen, der hier oben an der Ecke versteckt war. Direkt hier ist Samen Nummer 1. Es gibt hier nur drei Samen, die sind relativ zügig zu finden. Wie gesagt, einfach durchkämpfen und dann kommen wir auch weg. Hier gibt es eine Inni auf der Insel und ihr könnt ihr hier wieder nicht reiten, also hier ist wieder Reiten ausgeschalten. Brauchen wir auch nicht wirklich. So, hier ist Samen Nummer 2 und der dritte Samen befindet sich direkt oben am Eingang der Inni. Jetzt sind wir gleich da und dann haben wir nämlich drei Samen von der Insel gefunden. Und dann wünsche ich euch gleich wieder viel Spaß beim Looten und Suchen. Wenn ihr Lust habt auf WoW, wie gesagt, wir spielen auch WoW und Diablo Season, spielen wir auf jeden Fall Diablo 3. Wenn die Season wieder kommt, die nächste, dann spielen wir auf jeden Fall auch wieder Diablo. Bis wir die Season Reise durch haben und dann geht wieder Lost Ark weiter. Also wir spielen drei Spiele, Lost Ark, Diablo und World of Warcraft. Also wenn ihr Fragen sind zu World of Warcraft mit Skillungen, könnt ihr uns das auch gerne stücken. Wir sind für euch da und wir machen das hier, um euch zu helfen. Wir wollen dafür nichts haben. Ihr ist alles freiwillig. Wenn ihr uns abonnieren wollt, dann ist das eure Sache. Wir sind nicht darauf angewiesen. Für uns ist es einfach just for fun. Wir bedanken uns natürlich dafür, dass ihr uns unterstützt. Aber es soll kein Muss sein. Egal wo, 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 wo. Fragt uns einfach, wir sind da, um euch zu helfen. Wir wollen wirklich nichts dafür haben. Deswegen finde ich es immer so witzig, wenn irgendwelche Leute dann hier so dumm anmachen und rumdrollen. Ja, du wirst nie Erfolg haben. Das ist uns scheißegal. Wir wollen gar keinen Erfolg haben. Für uns ist das einfach Spaß und Hobby. Und es bleibt auch Spaß und Hobby. Wir sind beide beruflich sehr stark im Leben. Wir verdienen genug Geld. Wir müssen uns nicht bei YouTube oder so einschleihen. Wollen wir auch gar nicht. Wir machen das einfach, weil wir Spaß daran haben. Weil YouTube unser Hobby ist, genau wie Twitch. Es macht Spaß, mit Leuten abzuhängen. Es macht Spaß, den Leuten zu helfen. Und in der heutigen Welt ist halt einfach mal viel Toxic und Rumgeheule. Und wir wollen einfach dagegen wirken. Und deswegen machen wir das. Damit ihr einfach mal wisst, warum wir diese Aktion hier machen. So, ich bin da auf jeden Fall. Jetzt habe ich auch genug rumgeheult. Und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Farmen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss Leute. 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 Vielen Dank.